Moin Leute, der erste Mal steht vor der Tür und wir dürfen wieder auf Bockjacht. Wir empfehlen euch, weil die Waffe natürlich länger jetzt nicht benutzt wurde, mal einen Probeschuss wieder zu machen. Das können wir gerne zusammen machen, das könnt ihr auch alleine bei uns machen, das können wir auch gerne für euch machen, dass ihr die Waffe hier abgibt. Wir sind ganz froh, dass wir den Schießtunnel hier haben. Ihr habt ein sicheres Gefühl bei der Yacht, dass ihr, wenn ihr losgeht, der Waffe vertrauen könnt. Wir gucken sonst gerne mal auf ein, zwei Dinge bei der Waffe, ob noch irgendwas fehlt oder ob noch vielleicht nicht was in Ordnung ist. Und wenn ihr trotzdem noch was braucht, wir haben alles da.